Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit den guten alten Yasin! Hallo! Und, ja, Yasin, was machen wir heute? Ich weiß nicht, wie man da lernt. Ich auch noch nicht. Also ihr könnt den Titel entnehmen. Ich weiss auch nicht, wie das Video heissen wird. Auf jeden Fall geht es darum, dass immer jemand hinter der Kamera ist und die andere Person sagt Sachen, also Aussagen und nachher muss man das Gegenteil sagen. Das heisst, wenn es stimmt, muss man sagen Falsch und wenn es Falsch ist, muss man sagen, es stimmt. Mach ein Beispiel. Ich verstehe das jetzt selber nicht. Ah! Zum Beispiel... Zum Beispiel, ich habe ein rotes Handy. Und es stimmt nicht. Dann musst du aber sagen, es stimmt, dann sagst du richtig. Ja, genau. Super, das check! Wir wollen gar nicht viel darüber reden, darum wollen wir jetzt sagen, wir beginnen mit dem Video. Und Yasin ist die Erste, die das machen wird. Und, ja. Ah, und btw, ich habe das schon gesagt, wenn sie es falsch also wenn es die Person, die da sitzt, falsch hat, wird sie nass gespritzt. Diss the ready. Ja, ready. Kann man loslegen? Ja. Gut, also. Trump ist der Präsident von Amerika. Falsch. Meine Cis heisst Emma. Richtig. Mein Hund ist 7 Monate alt. Ja! Ich hätte dich gar nicht drauf, es geht zu mir einfach. Ich habe ein iPhone. Falsch. Wir Menschen haben keine Lungen. Richtig. Hä? Hä? Ja. Hä? Was denn? Wir Menschen haben keine Lungen. Wir haben eine, darum ist es richtig. Aha. Das triggert, gell? Ja. Deine Nägel sind lackiert. Falsch. Äh, richtig! Du willst eine Nase-OP machen? Richtig. Falsch. Falsch. Ah! Du liebst es, Schwanzbilder zu bekommen? Richtig. Hahaha. Dein Vater ist der Ehemann von deiner Mami? Falsch. Deine beste Schulnote ist ein Zweier. Richtig. Du hast zu lange gewartet. Rrrrrr! Du badest jeden Sommer den Magd im Reim? Falsch. Danke! 555 gibt 25. Falsch. Du liebst Schokolade? Falsch. Ah, fuck! Ich habe heimlich einen Crush auf den Adi. Falsch! Richtig. Richtig. Scheisse. Wir sind auf Frankreich, Monaco und Italien. Falsch. Letzter ist mein Hobby. Falsch! Nein, richtig! Weisst du, grün? Falsch! Nein! Du bist so schlecht! Wenn man blau und rot mischt, gibt es Violet. Falsch. Mit Listerine kann man sich abschminken. Richtig. Abi, das ist eine Marke. Falsch. Vielleicht ist es besser, wenn ich meine Grünen noch ausziehe. Ja, aber ich kann... Ich bin ready. Oh, ich habe mega Angst! Ich habe mega Angst! Ich habe mega Angst! Bist Veli? Nein! Venedig ist die Hauptstadt von Italien. Falsch. Ich habe schwarze Haar. Wichtig. Deine Lieblingsfarbe ist Zürkis. Falsch. Ich liebe Schlagermusik. Wichtig. Die Schweiz hat vier Wannersprachen. Wichtig. Falsch. Ah! Was jetzt? Ich bin doch ganz trocken. Das kann sich noch ändern. Du hast keine Piercings. Richtig. Du wirst nächste Woche 18. Richtig. Du hast gerade deine Tag. Richtig. Du hast aber das Südlöse. Wow, es ist mega kalt! Wie hast du das ausgehalten? Ich bin Spanierin. Richtig. Ich bin 1,65 Meter. Richtig. Falsch. Der Oktober hat 31 Tage. Richtig. Ich weiss es nämlich nicht. Du hast einen Hund und zwei Katzen. Richtig. Du hast ein Samsung Handy. Richtig. Ich habe einen 7. Juli Geburtstag. Richtig. Falsch. Oh, direkt in den Ohren. Die Schweiz hat 26 Kantonen. Alter, was fragst du mich? Das ist falsch. Okay. Du warst schon mal in Barcelona? Falsch. Ein Nachbarkantum von Schafoten ist Bern. Richtig. Ich habe drei Geschwisterte. Richtig. China ist die Hauptstadt von Asien. Falsch. Ich bin die Schweizer Schokolade. Falsch. Ich liebe Schokolade über alles. Richtig. Von einer Küche und Milch. Falsch. Fertig. Wow, du bist richtig abgelaufen. Jetzt einmal. Für was habe ich das? Du schaue einmal aus, was ihr passt. Es läuft mir ein bisschen durch die Hose rein. Mein Fudi ist eigentlich das Problem. Innen ist alles nass. So, das war's jetzt. Kannst du das Ding sagen? Was willst du sagen? Was willst du sagen? Kirsten. So, das war's schon wieder mit unserem Video. Wir hoffen... Aha, das willst du sagen? Ja. Okay, komm. So Leute, das war's mit einem schönen Video. Ich hoffe, dass ihr euch gefallen. Also wir hoffen, dass ihr euch gefallen. Und ihr euch ein bisschen unterhalten. Und... Du machst das super. Ich weiss. Go for it. Ich weiss. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Like da. Abonniert meinen Kanal. Und aktiviert unbedingt die Glocke, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und dann werden wir sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bot. Bot. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR